GZSZ, Vorschau, Folge 7341 am Freitag, 10. September 2021 Moritz nimmt Fabius' Einladung an. Svenja redet Erik ins Gewissen. Moritz folgt Fabius' Einladung zur Rainbow Watch. Der Abend verläuft ohne Vorfälle und Moritz feiert seit langem mal wieder ausgelassen. So findet er auch endlich die Kraft, Yvonne eine Stütze zu sein. Eriks Stern leuchtet hell, die Aufzeichnung für seine Show steht an, die Fans stürmen das Mauerwerk und entern seinen Social-Media-Kanal. Dass Erik eine Freundin hat, kommt weniger gut an, und Svenja macht ihm nochmal klar, Image ist alles.